Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute uns im Präsidium mit der Corona-Lage in Deutschland beschäftigt. Und die Lage ist ernst, wir alle nehmen sie ernst. Und in diesem Sinne haben wir heute auch im Präsidium diskutiert. Wir befinden uns in der dritten Welle der Pandemie. Die Zahlen steigen stark, fast 10.000 neue Fälle. Die Inzidenz bundesweit liegt bei 134. Und das bedeutet, auch wenn die sogenannte Osterruhe nicht beschlossen worden ist, ist unser Appell doch an alle Bürgerinnen und Bürger zu Hause zu bleiben, Kontakte auch an diesen Ostertagen zu reduzieren und alles zu tun, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Deshalb haben wir in den Ländern die Notbremse gezogen, die verabredet worden ist in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber wir haben uns gleichzeitig auch über die Frage unterhalten, wie kann denn das Krisenmanagement besser werden. Es ist die Auffassung des CDU-Präsidiums, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz wie die letzte so nicht mehr stattfinden kann. Es kann kein weiter so geben, dass Ministerpräsidentin und die halbe Bundesregierung über Stunden vor Bildschirmen sitzen, dass jedes Wort durchgestochen wird. Das ist der Krise nicht angemessen. Und deshalb schlagen wir vor, dass die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in Präsenz tagt. So wie Bundestag und Bundesrat in diesen Tagen tagen, muss auch die Ministerpräsidentenkonferenz persönlich zusammenkommen. Der Teilnehmerkreis muss wieder beschränkt werden. Es sollen die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dabei sein, die Chefs der Staatskanzleien und die Bundeskanzlerin und der Chef des Bundeskanzleramtes. Aber dass 60, 70, 80 Leute an einer solchen Konferenz beteiligt sind, trägt nicht zur Effektivität und zum Krisenmanagement in diesen Zeiten bei. Die Vorlagen müssen vorbereitet sein. Das ist eine der Lehren, die wir aus den Debatten rund um die Osterruhe gezogen haben. Und die Bundeskanzlerin hat die Verantwortung übernommen. Ich sage noch einmal dazu, die 16 Ministerpräsidenten sind gleichermaßen verantwortlich. Und wir alle, Bund und Länder, müssen besser werden im Management der Krise. Wir müssen darüber hinaus weg vom Mikromanagement. Die Bürokratie, die wir in Deutschland anlegen, ist eines der Hemmnisse, insbesondere beim Impfen, wo wir nicht schnell genug vorankommen, weil bis ins Detail festgelegt ist, wer wie impfen kann und wer örtliche Behörden kennt, weiß, dass die das dann auch sehr exakt so umsetzen. Wir brauchen, auch das hat die Bundeskanzlerin gesagt, mehr Flexibilität, damit jetzt insbesondere über die Ostertage, an jedem Tag dieser Feiertage rund um die Uhr geimpft wird und wir wirklich hier vorankommen. Wir haben uns dann auch mit der Frage beschäftigt, wie wir aus der reinen Lockdown-Logik herauskommen. Die Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März hatte deutlich gemacht, dass wir mehr Tests brauchen, eine Teststrategie brauchen und dass wir die Möglichkeiten der digitalen Nachverfolgung von Infektionsketten besser nutzen müssen. Ich zitiere einmal aus diesem damaligen Beschluss, insofern können Schnelltests tagesaktuell zusätzliche Sicherheit bei Kontakten geben, regelmäßige Testungen können dabei unterstützen, auch Infektionen ohne Krankheitssymptome zu erkennen. Das muss genau das Ziel sein, Kontakte herunterfahren, aber da, wo möglich, Anreize zu geben, dass sich Menschen testen lassen. Das war Anfang März noch nicht möglich, da es nicht genug Testkapazitäten gab. Inzwischen, am Ende dieses Monats, sind die Testkapazitäten da und deshalb brauchen wir Anreize, dass jemand in ein Testzentrum geht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Beispiel inzwischen 6.000 Testzentren im ganzen Land, aber da geht natürlich nur jemand hin, wenn es einen Anreiz gibt, sich auch testen zu lassen. Und deshalb ist der Weg, Geschäfte mit Terminvereinbarungen zu öffnen und einen zertifizierten Test als Voraussetzung mitzubringen, eine Möglichkeit, eine unter vielen, mehr Menschen, die im Moment nicht entdeckt sind, zu entdecken und dort Infektionsketten zu durchbrechen. Und das wird in mehreren Bundesländern so gehandhabt und deshalb ist es richtig, dass wir Kontakte reduzieren, dass wir das Testen besser machen und mehr Anreize geben, wie denn gutes Testen funktioniert. Und es war auch der Konsens, dass es nicht weiterhilft, wenn die SPD parteipolitische Fragen aus der Pandemie macht, jeweils die Bundesminister des anderen Koalitionspartners kritisiert und öffentlich beschimpft. Und es hilft uns auch nicht weiter, wenn Bund und Länder sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben und es hilft erst recht nicht weiter, wenn Ministerpräsidenten über andere Länder und über andere Kolleginnen und Kollegen urteilen. Es darf nicht zum allgemeinen Ton werden, anderen Ministerpräsidenten ihre Infektionszahlen oder gar Todeszahlen vorzuhalten. Ich jedenfalls werde das nicht tun und dadurch, dass Nordrhein-Westfalen heute unter der Bundesinzidenz liegt, das ist jetzt kein Thema, was ich nutzen würde, um damit Punkte zu machen. Es hilft uns nicht weiter, die Bürger erwarten, dass alle Ebenen, Kommunen, Land, Bund ihre Aufgabe leisten und Ideen, wie sie in Tübingen entwickelt wurden, die in der Stadt Tübingen zu guten Ergebnissen geführt haben, zeigen, dass da Akteure sind, die ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Und das ist auch die Aufgabe der Ministerpräsidenten, der Bundesregierung und der kommunalen Ebene, hier in diesen Zeiten zusammenzustehen. Das Zweite, was heute das Präsidium beschäftigt hat, ist die Frage, die ja auch viele Bürger stellen, wie geht es denn nach der Pandemie weiter. Wir werden morgen den Beteiligungsprozess für ein Programm zur Bundestagswahl machen und da kann man feststellen, dass viele Lehren, die wir in diesem Jahr in der Pandemie gezogen haben, im Moment auch die Fragen sind, die danach anstehen. Wir müssen besser werden zwischen Bund und Ländern. Wir müssen die Schwachstellen, die jetzt erkennbar geworden sind, aufdecken und hier zu Veränderungen, zu einer Staatsreform kommen. Wir müssen besser werden in der Digitalisierung. Wir müssen lernen, dass wir mit immer mehr Bürokratie die Probleme des Landes nicht lösen können. Und deshalb gibt es bereits Vorschläge in der Bundestagsfraktion. Auch in der Partei wird über diese Frage nachgedacht. Wir brauchen nach der Krise einen Investitionsschub, um Verwaltungsprozesse schneller zu machen, um Zuständigkeiten klarer zu regeln. Und das ist dann auch die Chance, die großen wirtschaftlichen Probleme, die wir nach der Pandemie vorfinden werden, möglichst schnell zu lösen und die öffentlichen Haushalte wieder in Griff zu bekommen. Der zweite wichtige Punkt sind die Themen, die immer noch da sind. Das ist die Frage des Klimaschutzes. Das ist die Frage, wie können wir Industrieland bleiben. Dies miteinander zu vereinbaren, Industrieland bleiben und Klimaschutzziele erreichen, ist etwas, wozu die Union aus unserer Auffassung heraus die besten Konzepte hat. Und deshalb werden wir auch darum kämpfen, dass das Kanzleramt in Zukunft von der Union gestellt wird. Das ist nicht Gott gegeben. Das ist auch kein Anspruch, den man prinzipiell hat. Aber wir werden darum kämpfen, dass es nicht zu einer rot-rot-grünen Regierung oder zu anderen Konstellationen kommt. Der Beitrag, diese Themen zu versöhnen, ist einer, den besonders die Union in diesen Tagen leisten will. Und lassen Sie mich als drittes Thema hinzufügen, was mir auch persönlich sehr wichtig ist. Wir lernen in diesen Tagen, dass wir mehr Europa brauchen. Wir brauchen eine europäische Autarkie. Es darf nie wieder vorkommen, dass eine einfache Maske nicht beschaffbar ist, weil wir abhängig sind von China und anderen Produktionsländern. Wir brauchen in der Europäischen Union die Möglichkeit, medizinische Produkte herzustellen, unabhängig zu sein vom Weltmarkt und den Gesundheitsschutz nach der Krise noch stärker gemeinsam anzupacken. Und auch die Kooperation in der Gesundheitspolitik über Grenzen hinweg ist der richtige Weg, als Grenzen zu schließen. Und deshalb muss Europa nach dieser Pandemie gestärkt werden. Die Entscheidungsverfahren müssen besser werden. Und die Effizienz, die ich eben für die deutsche Verwaltung angemahnt habe, muss auch für die Europäische Kommission gelten. Auch hier werden wir eine Bestandsaufnahme machen müssen. Warum war es nicht möglich, dass Europa so gut vorbereitet war wie andere Regionen in der Welt? Und auch dieser Punkt wird ein ganz wesentlicher im Wahlprogramm der Union sein. Vielen Dank. Die erste Frage bitte, Herr Rinke von Rolf. Ja, Herr Laschet. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden. Das hat ja Kritik, was bei der Notbremse beschlossen wurde im Präsidium. Die Kanzlerin hat ja nun auch Nordrhein-Westfalen und damit sie kritisiert, dass die Notbremse nicht ausreichend konsequent umgesetzt wird. Bessern Sie da jetzt nach. Ändern Sie nichts an dem Kurs und die Kanzlerin muss unzufrieden bleiben. Gleichzeitig würde mich interessieren, wo Sie denn die Umsetzung dieser Notbremse oder der Maßnahmen konsequenter finden, in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern? Ich will das nicht bewerten. Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend, verpflichtend für alle Landkreise per Verordnung umgesetzt. Verpflichtend für alle. Kein Landkreis kann davon abweichen. Sie gilt. Wir ermöglichen aber darüber hinaus das, was ich eben beschrieben habe, dass man eine Terminvereinbarung in einem Geschäft mit einem zertifizierten Test machen kann. Und das ist genau der Auftrag der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gewesen. Entscheidend ist, dass alle jetzt die Notbremse ziehen und umsetzen und auch die Landkreise dazu bringen, hier die Regeln einzuhalten. Das passiert in Nordrhein-Westfalen, wie auch in Niedersachsen, wie auch in anderen Ländern, die diese Verordnungen so umsetzen. Frau Hasenkamp, bitte. Herr Laschet, Sie haben den Kampf ums Kanzleramt angesprochen. Sie müssen ja in der Union noch klären, wer es machen soll. Es werden erste Namen genannt, auch Ihrer von Herrn Strobl. Insbesondere wird die Forderung erhoben, jetzt schnell zu entscheiden. Finden Sie auch, dass schneller als der ursprüngliche Zeitplan die Entscheidung nun fallen sollte? Na gut, der ursprüngliche Zeitplan war zwischen Ostern und Pfingsten. Dieser Zeitplan bleibt, so ist es mit der CSU besprochen. Und Ostern beginnt bekanntlich am kommenden Sonntag. Herr Blank, bitte. Ja, Herr Laschet, es gibt eine Diskussion darüber, dass bundeseinheitliche Regeln möglicherweise über eine schnelle Veränderung des Infektionsschutzgesetzes durchgesetzt werden könnten über den Bundestag. Würden Sie sich dem anschließen und dem im Bundesrat zustimmen? Also wir haben heute im Präsidium, ist noch einmal deutlich gemacht worden, dass das Infektionsschutzgesetz schon heute ab einer Inzidenz von 50 alle verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zu unternehmen. Und ich sage mal für die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das nimmt jeder sehr ernst über Parteigrenzen hinweg. Jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen und jeder hat auf sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben heute nochmal von Schleswig-Holstein gehört, dass die Methode, bestimmte Bereiche zu öffnen, aber dann besser zu kontrollieren, eine wirkungsvolle ist. Wir haben von dem saarländischen Modell gehört, das Tobias Hans noch einmal vorgetragen hat. Und wenn jeder so seine Hausaufgaben macht, wird das Infektionsschutzgesetz erfüllt. Und ich sage mal für mich, wenn die Lage dramatischer wird, bin ich für jeden Vorschlag, für jeden Vorschlag des Bundes offen und auch der Kollegen aus den Ländern, was wir denn noch besser machen können. Und wenn wir weitere Vorschläge bekommen, bin ich sicher, wird die Ministerpräsidentenkonferenz dem auch folgen. Im Moment, Stand heute, kenne ich keine weiteren Vorschläge als das, was bisher zwischen Bund und Ländern verabredet worden ist. Dann haben wir noch eine Frage von Frau Schwitzer. Ja, Herr Laschet, noch eine Frage zu dem jetzt wieder reduzierten Format MPK. Ja, würde das heißen, dass auch der Vizekanzler Olaf Scholz dann nicht mehr dabei ist? Und haben Sie schon mal vorgefühlt, ist das konsensfähig, wieder zurückzukehren zu einem kleineren Format auch bei Ihren Amtskollegen? Ja, das ist nicht nur konsensfähig. Den Wunsch höre ich allen Halben, dass man wieder zu einem vertrauensvollen Zusammenarbeiten zurückkommen muss. Dass die halbe Bundesregierung, außer den beiden Ministerpräsidenten, die die MPK führen, 14 andere vor dem Bildschirm über stundenlang sitzen, ist nicht akzeptabel. Ist auch nicht dem Ernst der Lage angemessen. Und insofern glaube ich, dass die Bundesregierung definieren muss, wer für sie teilnimmt. Natürlich ist auch der Gesundheitsminister in diesen Fragen relevant. Das ist zu besprechen. Es ist nur keine parteipolitische Frage. Insofern, wenn der Vizekanzler als SPD-Vertreter dabei sein soll, ist das eigentlich nicht das Format der MPK. Wir bringen ja auch nicht unsere stellvertretende Ministerpräsidentin mit. Dann wäre für Nordrhein-Westfalen die FDP mit am Tisch und in jedem Land jemand anders. Ich glaube, wir müssen zu den Sachentscheidungen zurückkommen. 16 Regierungschefs und die Bundeskanzlerin. Das hat im Jahr 2020 gut funktioniert. Die Bundeskanzlerin hat uns immer wieder zusammengeführt und zusammengehalten. Und wir sind gut durch das Jahr 2020 gekommen. Und zu diesem guten Krisenmanagement müssen wir jetzt angesichts des Ernstes der Lage zurückkehren. Und da war die letzte Woche vielleicht ein letzter Warnschuss an alle, die erkannt haben, ein Weiter-so in der bisherigen Form kann es nicht geben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause. Kommen Sie gut nach Hause.